So und wieder zurück Eine Runde Sprengkommando Wo ich mich noch mehr auflegen werde Hi Leute Na was denn als wenn die Leute Keine Tastaturen zuhause hätten Das Spiel kaufen sie sich? Aber ihr habt kein Geld mehr für die Tutorials Also sitzen sie bloß in der Ecke rum Oh ne regt er Ja und jetzt leckt das Spiel Ist klar Ey fick dich doch alter Er kommt um die Ecke Ich bin wie sie ihn an und ein leckeres Spiel Ey fick dich Fick dich game Fick dich Eine scheiße ey Ich glaube wo die ganzen Gegner sind Ich mach B scharf Ganz anonyme hier Ich lande natürlich gegen das Baum Genau Oh Ja da machst du nix Hören sie genau neben der Stelle wenn du fertig bist Oh man Das war ja klar Ja und jetzt rennt der mit seinem Messer rum Denn ich hab ja nichts anderes zu tun Ich kann ja nur mit dem Messer rumrennen Ohhhhh So viele Hinter der Vorderseite Keine Ahnung wo er war Links rechts Links rechts Über mir unter Ja alter Ja alter Ja alter Ah warte da dieser Spaß hier ohne Witz Mann Ah jetzt haben die schon wieder so demwächter aufgestellt Jaaa und du wartest natürlich in der Ecke Ach du auch kein Geld für ne Tastatur ihr habt oder was Eine Fresse ey Eine Fresse ey Ohhhh Ohhhh Das war ich gerade am Geschütz zerstören Herzen 1 Sagt das schon alles er wartet halt Wenn ich mal Geld für die Tastatur einschaffen Gibt's schon für 20 Euro Eine Fresse Mach B an Warteilich ich im Sinn aber ich krieg ein paar Punkte Ach die Spassies kämmen wir doch da oben schon wieder Das Verteidig krieg ich was nicht schlecht Ich komm aber bis ich dort bin ist alles zu spät Ach ist doch schon da kam wieder der Messerbob um die Ecke Ja das ist die Map halt Jera Spass hätte ein Messer dabei Und mehr können sie nicht Jaaa ist richtig Alles offline Wie hätte die jetzt auch nicht verteidigt bekommen Ja ja keine Ahnung Ja und du spawnst Ey das ist MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Jaaa Jaaa Vier Mann Was willst du da machen wenn du vier Mann zu B rein rein Weil schon unser Team kriegt ja auch gar nichts scharf oder was Jaaa Jaaa und du Papst mir natürlich Wontschat du bist Du rotst ein Magazin auf den drauf und es passiert rein gar nichts Ah der liegt also hier wieder unrum Ah Pisser hast du mit deinem Messer alter Ah Pisser hast du mit deinem Messer alter Ich steh späh scharf Jaaa Ohhhhh Jetzt haben wir wieder Zeit Ja die wissen halt dass ich da herkomme Jaaa da musst du gar nicht rein stürmen allein Das ist doch Unstiegsmacher Jaaa Sooo Kommen wir zum Todbringer da an Die riecht dir auf die Fress Das Problem ist halt B jetzt Das ist halt Wo wurde ich grad spätisch aber wieder von links getroffen Ey das ist doch nicht mehr Moah hey Die riecht Verdrohung neutralisieren Jaaa und du Boah Ey du kommst ja nicht mehr Motbringer da rein Das gibt's nicht Die riecht Die riecht Ich hab's ja nicht mehr Motbringer da rein Ich hab's ja hier und der macht nichts anderes als da oben Döö der hockt da nur da oben drinnen, da kann nichts anderes Jaaa und schön Papa hat gesagt ich darf rausgehen Deswegen muss ich immer im Zimmer sitzen bleiben Das ist wirklich der Hammer, der Junge, der kann ja mal gar nix. Komm mal, die Spawne genau hinter dran, das ist der Hammer. Ja, Spray-N-Heft. Alter, das gibt's nicht. Boah, wie schnell der auf einem drauf ist, ey. Nicht mehr normal. Ah, sehr klar vorbei. Ohhhh, Kremine. Oh man, ey. Oh, komm schon, ey. Das ist der Hammer, ich hab gegen den Jungen gar keine Chance. Gott. Weißt du, die Melbourne Sprengkommando, die Spawne im Meter von der B-Bomb bewegt, das ist der Hammer. Und du musst über die Garns, ey. Ja, guck mal, da klucken schon alle drin, Alter. Ja, das ist... In einer halben Sekunde wird er da. Das ist der Witz, echt. Also auf der Mab-Sprengkommando. Ohne Wächter, unser Schießdreck schaffst du's nicht. Sprengkommando. Wenn einer, der zoomt, immer weiß. Das ist der größte Fehler, den wir machen. Oh, die sind doch schon wieder bei gehen, wo unser Team sich denkt. Äh, wir müssen hier nichts verteidigen. Wir können hier einfach nur dagegen rumrennen. Weil wir sind ja cool, wir müssen nicht verteidigen. Ach, die hocken doch schon mal unten drinnen. Weil unser Möchtegern-Team natürlich nur vorne nach vorne rennt. Hammer. Da ein Ecker und da ein Ecker und da ein Ecker und da ein Ecker. Habte nicht gesehen. Ach, Bommscher. Ach, ich bin ja wehverteidig oder lange werde ich das hier auch nicht alleine durchhalten. Es kommt ja nicht mal mehr raus. Ja, und jetzt kommen wir hier von links rein. Und das Team guckt einfach bloß zu. Kannst doch abessen, Alter. Oh Mann. Ein zu vergessen, Alter. Habt granate geworfen. 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 Ich ging mit Skarpio und hab' ich keine Schaus. Ich steh' den da oben. Ich mach' alles platt. Einer nach'm andern. Der verteidigt das Ding auch alleine. Los, los, los! Ey, die sind so behindert. Jetzt, wo's eigentlich darum geht, die Wommel fängelt. Nein! Warum sollten wir das tun? Wir können noch weiter in vorne rennen. Ja, Geschützstätte. Ohhhh. Ja, jetzt haben wir uns wieder aufgestellt. Ja, und der ist da, Alter. Tsss. Mach's nix, ey. Bob-Team, Alter. Vierzig neuner Mach's nix. Boah, Alter. Wird sagen, Sprengkommando nie wieder her. Vor allem, weil immer diese scheiß Map läuft, ja. Ja, wenn der Mann von dem Team ist, dass das Spiel wenigstens mal kapieren würde. Das Kind Deathmatch ist das Sprengkommando. Und ich einfach... Ich muss nach vorne rennen. Ich muss die Kids sammeln. Und ich hab' nen kleinen Penis. Ohhhh. Komm, lass' runtergehen. Also, äh, ich will ne mal ne andere Sprengkommando. Ich hab' zwar Bock auf Sprengkommando, aber nicht mit so'n Bob-Team, Alter. Vor allem nicht die Map. Die Map ist so scheiße. Wir springen. Also, mir gefällt die gar nicht. Vor allem, weil die echte... Kann ich alle auslösen. Vor allem, weil ich die Bombe, bis die oben ist, sind die alle wieder gespawnt und sind schon wieder alle dort. Bist du dann wieder dort? Ja, wenn du einfach ne... Wenn du einfach ne... Wenn du einfach das Team hättest. Dann geht's ja noch, dass ich's nochmal ein bisschen was reißen kann. Aja, du siehst... Es spawnt 5 an. Ja? Hier, Mann, rennt erst links dran vorbei. Ach, die Bombe ist ja nicht scharf. Nein, und die andere ist ja noch nicht hochgegangen. Nein, gar nicht. Aber ich muss ja schneller für einen Kills machen. Ey, weil ich hab' sonst keine Freunde. Deswegen muss ich im Internet profilieren gehen. Ah, das ist wirklich schlimm also. Weil da steht einer bei einer Bombe, ja? Macht gemütlich scharf. Ja, die hat man auch viele Abschussserien dann, das war richtig gut, war zu einem Geschütz und allem, was dann gehört haben. Ja, von denen? Von denen klauert das gut von denen. Aber die hatten ja auch wirklich... Die brauchten ja bloß warten. Die sind ja immer die gleiche Richtung. Immer hier schön links rum und zack. Hat da Kinder drauf geachtet, ob er von hinten holt oder nicht. Ja. Mein Kopf, Alter. Jetzt A. Vielleicht zu A. Ich wart noch auf dich. Na, ich bin da. Wo bist du? Ach, da vorne bist du. Ich bin rechts schon mal hinten losgerannt. Na toll. Granatewerfen üben wir noch. War nichts. Ja, hab ich sogar gesehen. Ja, ja, ich hab's Armutswecknis gesehen. Bombe online. Schütze am Boden! Mach scharf. Mach mal hier mal Taktik hier. Bleibst du da, ich geh den Gang safen. Gut, dass es gar nicht leckt. Hallo, Gegner? Wiehst du den? Einen hab ich. Gut. Hm. Komm schon, Baby. Komm schon. Gib Papa 200 Punkte. Oh, jetzt war ich nervös. Da hat Grassheim bewegt. Ähääh. Ja. Jawoll. Okay. Halt. Yeah. Ja, und der letzte Abschuss. Oh, da ist aber schnell wieder einer raus. Ja. Wie hart war das? Und der nächste raus. Wie schnell ist der immer Rage-Quitten her. Okay. Hast du den anderen nicht gesehen, der da? Doch, aber es war fertig. Kann schon nicht mehr schießen, oder? So. So. Wollen wir mal hingehen? Äh, geh mal. Ist besser zum Schützen. Ne? Achuyah. Maja. Das hört sich Russians an. Boah, Quere wissen einhaft. Boah, ich kann's nicht einching. Es hört sich. In mein Augenisch an. Hej. Es hört sich in meinen Augen. Rechts? Ja, ich will da bloß ein S-Wel hinlegen. Weißt du, was das coole ist? Wahnsinn. Dass ich tot bin und A scharf gemacht wird, weil ich gerade einen Wächter stellen wollte Ich kam von hinten, ja, mit dem war ich jetzt ewig gut gerecht Ein einziger macht A scharf, nice Ich komm, so schnell wie ich kann Ist entschärft Nice, irgendwann wird er da Ich hab alles, ich hab Forte Oh, der hat hier eine Drehmine hingekriegt Der Fuchs Nein, er hat mich, oah Ich mach kurz meine Vorräte ab hier Die Verbündete Drohne nähert sich Problem ist, ich bin hier ganz allein Ja, ja, ich komm noch schon Konterdrohne geht hoch Ich komm mit ganz viel Rauch hier rein Hart Mann Ich soll, Alter, ohne Witz Ich zoom nie wieder in dem Spiel Ein Wächter ist einer gefangen Ne, der hat ihn nur so abzuschieben Ich war schnell genug Ja Jesus Gott So, wir da richtig gut geschossen von mir Ach, E ist das, okay Ach, E ist das, okay Also, die können jetzt nicht Sofort rein Ach, ich glaub mal, kommt der denn da rein? Ne, doch nicht Ich sag's dir, wenn mal Der wird von hier reinkommen Ich sag dir, wenn irgendwas passiert Okay Sechsmal ein B da Verbündete Vorräte unterwegs Auf den Zeitplan achten Betten wir schaffen Wenn die B halten Die sind alle hinter bei ihnen in der Base Ich weiß nicht, ich seh keinen einzigen Doch, da rennt einer Okay, der hat's ausgerannt Ne, jetzt haben wir gewonnen Das stimmt nicht mehr Ja doch, wenn sie scharf kriegen, bleibt die überall stehen Die rennen alle rechts Ne, der hat aber nicht fünf Sekunden Jawoll! Nein, ich wollte den zweiten noch Ich hab mir extra Zeit gelassen Ich hab jetzt nicht auf die Zeit geachtet Das weißt du Ich hab dich schön beobachtet da Ich wollte das jetzt schießen Bis die Zeit runter ist Ja, und dahinter dran wollte ich jetzt grad noch mal Seh schon Naja, ich hab's gesehen, aber Gute Arbeit Es läuft ja besser Das haben wir zwei Sprengkommando Ich würd sagen, mit der Cut Kann ich die Wurzeln einem hochladen Das ist viel, viel geiler Tschüss Leute, ich hab gute Laune Nach der Runde schon Bis zur nächsten Runde Ja, siehst du was ändern kann